So, hallo und herzlich willkommen zum Arma 3 Epoch Sozialprojekt. Da es ja doch einige gibt, die immer wieder auch Friendly spielen wollen und immer wieder getötet werden und so weiter und so fort, haben wir uns das mal einfach mal gedacht, wir wollen mal ein bisschen die Realität aufrütteln und einfach mal ein bisschen gucken, wie das so wirklich ist, wenn man mal versucht, Friendly zu spielen. Das Ganze nennen wir mal Sozialprojekt, war so eine spontane Idee eigentlich. Wir laufen jetzt einfach mal immer in Gruppen oder wie wir halt die Leute treffen und versuchen einfach Friendly zu reagieren und gucken mal, was passiert. Wenn euch das Video gefällt und ihr mehr sowas sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare und gebt uns einen Daumen hoch. Wir hoffen, ihr habt viel Spaß dabei, wir hatten es auf jeden Fall beim Aufnehmen und dann viel Spaß beim Zuschauen. Hallo? Hey, Friendly, Friendly, Friendly. Are you Friendly? Ja, ja. Hey. Ja. Mr. Friendly? Ich bin Friendly, ja. Ja, komm, so fang zu dem, wie Friendly sind, ne? Pack mal Waffe weg, pack Waffe weg, erst mal. Pack Waffe weg. Ist weg. Seid nie. Chat. Ja, mach mal im Direct Chat, ja. Okay. Was macht ihr? Alles klar, möchtest du vielleicht zu uns auf den TS kommen? Ja, ich bin eigentlich spieler, ich bin alleine immer. Aber wir suchen noch einen Mitspieler. Warte kurz mal. Hier hast du einen Ersthilfe-Kasten. Oh, vielen Dank. Kein Problem. Da vorne ist er. Oh, alter Schöne. Hallo, hallo. Hallo? Bist du Friendly? Wir sind Friendly. Nicht schießen, bitte. Okay, okay. Bist du Friendly? Packt ihr die Waffen weg? Wir haben die Waffen nicht draußen. Okay, alles klar. Alles gut bei euch? Ja, wir looten gerade ein bisschen. Und bei dir? Was machst du? Ja, wir haben auch ein bisschen was gesucht, aber hier gibt es nichts für Futter. Ah, seid ihr mehr oder was? Ein bisschen zweit. Braucht ihr was zu essen? Bitteschön. Dankeschön. Klamotten werden immer ganz cool, ich renne hier immer noch mal in der Unterhose rum. Du kannst dir das auch erlauben zu tragen. Guck mal, ich guck mal kurz, was ich habe. Alter, ihr rennt ja schon eine Stunde, wo man nichts getrunken hat. Ich bin auch schon ein bisschen länger unterwegs. Krass, danke. Weste brauche ich nicht, habe ich schon. Kein Problem. Ja, dein Kollege hat nichts an. Ich habe Klamotten an. Deswegen dachte ich, ihr braucht... Ach so, eine Weste, Mann. Ah, eine Weste, das ist natürlich cool. Okay, die habe ich noch nicht. Okay. Vielen Dank. Kein Problem, danke auch. Also, wir ziehen nochmal wieder weiter. Viel Spaß euch noch. Jo, danke, gleichfalls. Ciao. Tschüss. Bist du friendly? Ja, ich bin sprültig. Ah, okay, perfekt. Da sind ja voll viele Leute hier in der kleinen Stadt, Mann. Geht's voll ab hier. Ohne Witz, wir haben gerade schon jemanden getroffen da unten. Das ist dein Kollege vielleicht. Der hat gesagt, der spielt zu zweit. Nein, nicht, dass ich wüsste. Okay. Brauchst du irgendwas, oder? Meine Kollegen sind... Ne, ich suche momentan nur ein paar Cinderblocks. Okay. Warte mal, ich habe sogar einen dabei. Hier, kannst du mitnehmen. Ah, vielen. Ich brauche dich noch nicht. Hier aufpassen, in der Stadt, da ist noch einer, aber der ist auch friendly. Der hat uns auch gerade schon Zeug gegeben. Okay. Okay, also, mach's gut. Ich brauche euch weit noch. Jo, dir auch. Tschau. Ihr habt vergessen, die Herdplatte auszumachen. Hallo? 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 Oh, da oben ist jemand. Hallo? Seid ihr friendly? Hallo? Hallo? Haben wir gerade beim Kochen gestört? Hallo? Ja. Ich mach noch gar nichts. Ja, sag mal. Sag mal, lass uns mal euren Namen bitte. Gabriel ist mein Name. Ich bin Hartwig. Ich bin der andere. Ich bin der Gabriel. Ja, und ich bin der Hartwig. Okay. Schießt der noch? Wir haben doch gar nichts gemacht. Was macht ihr? Wir haben ja so ein Feuerchen gehört. Ihr kocht bestimmt gerade. Habt ihr was zu essen übrig? Nein, 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 nein. Das war... Du lagst extrem. Dein Mikrofon. Wir verstehen dich kaum. Habt ihr was zu essen über? Oder was zu trinken? Nein, ich bin der Bauch. 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 Ich hätte einen Sinderblock zu tauschen, gegen was zu essen und was zu trinken. Ja, sorry. Wir haben selber gerade fast nichts. Nein, wir haben gerade selber fast nichts zu essen. Ich lasse euch den trotzdem da. Ich brauche den nicht. Wir brauchen gerade selber noch alles. Oder unten habt ihr ja noch was gebaut. Krass. Können wir mal reinschauen in die Base oder ist das nicht erlaubt? Sehr sozial. Ja, aber wir brauchen gerade... Da haben wir eigentlich schon ein bisschen was entgegen. Okay, schade. Ich bin gerne eingeschaut. Ja gut, dann ziehen wir mal weiter. Viel Spaß euch noch. Irgendwann mal später vielleicht. Ja, für euch auch. Tschüss. Jo, tschüss. Wollen wir da runterlaufen? Mal gucken. Mal gucken. Was ist denn da noch drin? Ist da einer drin? Ja. Das ist jetzt der Henrik hier. Hallo, jemand zu Hause? Das sind zwei Boote. Bitte? Hi. Coole Base. Wie lange habt ihr gebraucht, um das zu bauen? Bitte? Wie lange habt ihr gebraucht, um die Base zu bauen? Oh nein. Warum hat er uns jetzt erschossen? Hallo? Wir haben doch gar nichts gemacht. Hallo? Was ist los? Ich steck gleich mal die Waffe weg. Lol, der konnte mich gerade respawnen. Äh, revifen. Danke. Kommt der noch? Ja. Sorry. Ja, das war nicht irgendwie nicht sehr nett, aber danke, dass du jetzt uns wieder geholt hast. Braucht ihr irgendwas? Als kleine Wiedergutmachung, oder? Nee, nee. Passt schon. Ist okay, gut. Wo sollen wir denn hin zum Looten? Lass mal da vorne in die Stadt, ich glaube da ist ganz gut. Okay. Erstmal können wir hier zur Tankstelle. Oh, guck mal, hier gibt es Militärloot. Meinst du, hier können wir looten? Meinst du, hier gibt es anderen Looten? Wow, friendly, friendly, friendly. Hi, hallo, 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 wir sind friendly. Also mein Maid erschaffen jetzt. Wir sind friendly. Hallo? Ja. Wo seid ihr? In der Militärloot. In der Militärloot. Vom Feuer. Das ist mal eine Leiche. Da vorne. Ist deine Leiche gefunden? Ja. Die schönen Klamotten. Die schönen Klamotten. Ich sehe gar nichts mehr. Was hast du gerade gesagt? Wie viel seid ihr hier? Ja. Aktuell sind wir zur dritte auf dem Server. Also hier stehen nur zwei, aber einer ist noch in der Basis. Okay. Aber eigentlich sind wir so sechs, sieben Mann, die dann hier so spielen. Krass. Ist das eure Base da oder was? Noch nicht. Die haben wir so gefunden. Das ist ja ein Standard Militärding. Aber wir wollen es halt zur Base ausbauen. Cool. Geht mal lieber ins Licht, nicht dass ein Zombie kommt. Gemütlich habt ihr es ja hier. Hallo? Hallo, wir sind friendly, wir sind friendly. Ja, 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 ist gut, ist gut, ist gut. Ist gut, ist gut, ist gut. Aber ich würde mich hier nicht an einer Waffe equippen, sonst seid ihr nämlich fällig, ja? Wir haben keine Waffen. Ja, aber auch hier liegen massig Leute rum. Wir haben nur Knicklichter. Ja, weiß ich ja nicht. Was macht ihr hier? Wir hören die ganze Zeit Schüssen. Ja, wir haben hier ein bisschen kleinen Krieg am Start. Wie viele Leute seid ihr hier? Viele. Frag mal, ob die was für uns haben. Wolltest du nicht mich fragen. Hier läuft irgendjemand draußen. Oh, da steht einer, ey. Alter, wo kommst du denn her? Habt ihr vielleicht eine Waffe für uns? Oh, da steht einer. Ich bin mir nicht da. 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 Wie war das? Was ist das? Was ist das? Knicklicht! Da denkt sie auch so, what the fuck. Ihr seid nicht so die Gespräche, die uns wacht. Ich weiß gar nicht, was man mit uns anfangen soll. Muster. Okay, wir wünschen euch noch viel Erfolg. Wir laufen mal weiter. Der hat den von der Leiche ausgezogen. Ja, aber den habe ich nicht. Wow. Nein. Alter. Er liebt ihr noch? Er ist alles gestorben. Seid ihr gestorben? Oh krass, du liegst noch. Alter, wie übel war das denn, Mann? Hoho, voll der Fliege, ey. Oh, da schießt schon wieder einer. Wow. Ne. Ich glaube, jetzt hat der Rechte auch zu voll, weil das war alles gut geschossen worden. Oh Mann. Ja, der hat bestimmt gedacht, wir rissen so Spitzler oder so. Was? Krass, du läufst wieder an Birk und siehst nur diese Monster-Base da unten. Ach du Scheiße. Tun wir so, als wir damals interessiert gucken waren. Schreib mal gleich, dass wir friendly sind. Freund? Bitte? Hallo? Ist da jemand? Hallo? Boah, was für eine krasse Base. Nicht schießen, bitte. Wir sind friendly. Hallo? Bitte nicht schießen, wir sind friendly. Hallo? Nicht bewegen. Stehen bleiben, nichts machen. Wir stehen doch und bewegen uns gar nicht. Nicht bewegen. Gut. Okay. Nicht weiter bewegen. Habt ihr irgendwas dabei? Wie viele Leute seid ihr? Freunde, Leute. Nur wir beide. Hi. Also, wie viele Leute seid ihr? Nur wir beide. Wir sind gerade über den Berg gelaufen und haben hier das Gebäude gesehen. Okay, Freunde. Wir fühlen uns ein bisschen unwohl. Wir fühlen uns ein bisschen unwohl. Sind wir nicht so willkommen hier? Warte erst mal kurz. Und wenn Leute auch mit geschuldeten Waffen hier reinkommen, fühlen wir uns nicht unwohl, oder? Ist gerade nicht einfach. Wer seid ihr überhaupt? Wie heißt ihr Ingame? Wie heißt ihr Ingame? Ich bin der Hartwig. Ich bin der Gabriel. Wir können die Waffen ja nicht wegschmeißen, oder? Keiner zieht von euch eine Waffe. Nur so nebenbei. Zu welcher Gruppe gehört ihr? Wir spielen alleine. Wir haben keine Gruppe. Krasse Bude habt ihr hier. Sieht echt heftig aus. Wir sind also direkt so vom Berg gekommen. Brutal. Ne, 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 ne. Also, Leute. Es wäre besser, wenn ihr jetzt geht. Ja, bevor ihr gleich noch Köpfe rollen. Okay? Wieso? Wir machen doch gar nichts. Wir wollen uns doch die Base angucken. Ja, ja. Ja. Ja, es ist okay. Aber die Jungs, ich kann sie nicht mehr lange zurückhalten. Die wollen eure Köpfe gleich sehen. Wieso? Wir tun doch gar nichts. Ich sage es zum letzten Mal. Geht bitte jetzt. Okay. Los. Seid nicht sonderlich freundlich. Weg von mir, Mann. Weg von mir. Weg von mir. Ja, wir sollen doch gehen. In irgendeine Richtung müssen wir ja gehen, oder? Die sind jetzt so drückt. Ja, Mann. Jetzt die Waffe ziehe, Alter. Dann habe ich eine Kugel im Rücken. Ich schwätze mit dir, Mann. Soll ich es machen? Ja, mach. Und ich mach auch. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich brauche, Mann. Oh, Mann. Malen, money, Mann. Ich brauche, Mann. Nein, ich mache mal zu können. 0,658 Mit dem Wort. Da säger uns er下γοert. canal, Luc. Kim. Oder ist das 잘� ich auf? Bis zum nächsten Mal.